Also ich glaube, Mats Hummels ist ein sehr gut aussehender Mann, wurde ja auch gewählt zum bestaussehendsten Typ. Ich glaube, da hätten die Frauen nichts dagegen, wenn er ein Bachelor wäre. Ich konzentriere mich voll und ganz auf den Fußball. Ich will so viel erreichen wie nur möglich im Profigeschäft. Das Model läuft mir nicht davon. Das Gute ist, als Mann, je älter man wird, desto besser arbeitet man eigentlich. Fußball spielen kann man, wenn es gut läuft, bis Mitte 30. Danach stehen mir noch immer alle Türen offen. Aber damit beschäftige ich mich dann erst, wenn es so weit ist.